Ich wollte mich noch mal bedanken für den 24 Stunden Stream und zwar war das eine richtig richtig geile Sache und es sind ja richtig gute Spenden zusammengekommen. 205 Euro für das Kinderhospiz Mitteldeutschland und ich wollte euch noch mal allen auf diesem Wege, allen Zuschauern, allen Followern, allen Spendern vielen, vielen herzlichen Dank sagen und die Spender wollte ich noch mal namentlich erwähnen. Ich habe mir extra meine alte Kamera rausgeholt und ja auch die Namen unter die Kamera geschrieben. Also wenn jetzt meine Augen nach unten gehen, dann lese ich die Namen vor. Vielen, vielen herzlichen Dank. Gehen raus an MiliMili, SuperLP, Meisternicknack, der Kento Ace, die Tia, der Sliderspray, der Yannis und auch der 1CoreyTV, ja Cory, vielen Dank, 2HandArmy, Yonkes und auch ein anonymer Spender war mit dabei. Vielen, vielen herzlichen Dank an euch. Es war eine richtig geile oder richtig geiler Stream. Ja, vielen, vielen Dank und als Beweismittel habe ich auch noch mal hier etwas zugeschickt bekommen vom Kinderhospiz und zwar natürlich unter anderem auch die Spendenquittung, wo natürlich meine Originaladresse drin ist, aber die kann ich natürlich nicht vorzeigen. Ja, Privatsphäre und so wollen wir ein bisschen einhalten, aber sie haben auch einen kleinen Fehler reingebaut. Ja, statt der Odi haben sie der Odi geschrieben und ja, zum einen hier so ein Deckblatt, muss ich euch mal zeigen, ja, steht drauf, stark der Odi, ja, natürlich auch Community, um Gottes Willen, macht sich stark für todkranke Kinder, schreiben sie hier, 205 Euro im Juni 2017, Menschlichkeit braucht einen Platz. Hier, so schaut es aus. Ich hoffe, ihr könnt es ordentlich erkennen. Ja, und richtig, richtig cool gemacht, auch mit Unterschrift hier nochmal, Klaus-Dieter Herber und auch nochmal ein Anschreiben mit dabei vom Kinderhospiz Mitteldeutschland. Und hier schreibt, ein Kind bedeutet nicht wenig und nicht viel, es bedeutet alles, steht hier als Überschrift. Ja, lieber der Odi, steht auch nochmal hier, alles mit dabei. Ja, auch eine kleine Textpassage, die ich vielleicht nochmal ganz kurz loswerden möchte. Ja. Ihre wertvolle Spende in Höhe von 205 Euro ist großartig. Hierfür und ganz besonders für das damit verbundene Vertrauen in uns, danke ich Ihnen von Herzen, wir sind stolz darauf, Sie an unserer Seite zu wissen. Ja, sehr, sehr nice, sehr, sehr geil. Hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, es waren ja insgesamt fast 26 Stunden, die wir gestreamt haben. Und ich denke mal, beim nächsten großen Special werden wir sowas in der Art auch wieder machen. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Und auch in den weiteren Streams. Vielen, vielen herzlichen Dank. Geht raus an euch. Dankeschön. Bis dann. Euer Odi.